Oh Gott! So, jetzt sind schon zwei da. Na, das ist doch optimal. Da können wir doch unser Schluckgewehr benutzen. Ja, was ist jetzt mit euren Schildern, ha? Zack! Dachtest du, ne? Mit deiner dummen Keule. Sehr schön. Mal aufpassen, dass keiner von hinten nochmal kommt. Der hat mich nämlich gerade ganz schön überrascht. So, jetzt komm mal mit. Jetzt schauen wir mal, wie viele noch übrig sind. So viele dürfen das gar nicht mehr sein. Oh, doch, das sind noch einige. Ja, was für ein Witz. Was für ein dummer Witz. Oh Gott, im Himmel. Ashley, komm. Ashley, schneller. Ey, das sind noch ziemlich viele. Achtung. Ich muss sagen, ich zeig deinen dummen Kopf. So, die liegen schön am Boden, da wo sie hingehören. Jawohl, so muss das. Da ist noch einer mit Schild. Einfach ein paar Mal im Kopf geschossen. Sah mal an jetzt hier. Also, das war ja jetzt mal lächerlich, du. Der hat einen Kopfschuss... äh, Kopfschutz. So, das dürfte es jetzt gleich gewesen sein. Hier gibt's... Hier gebe ich nochmal einen Kopfschuss und einen Tritt hinterher. Und dann nochmal das Messer in den Rücken. So, wie viele haben wir denn jetzt noch hier übrig? War's das? Ich denke, das war's. Sehr schön. Ja, äh, das ist ein anstrengender Raum, wenn man nicht weiß, wie man ihn machen soll. Denn, äh, wenn man sich nicht irgendwo verbarrikadiert, dann ist hier ziemlich schnell Schicht und Schach. Da ist man ziemlich schnell umzingelt und verschwendet übelst viel Munition, um sich Luft zu schaffen. Aber wenn man das so macht, wie ich es gemacht habe, und das auch beim ersten Mal funktioniert, und Ashley halt durch die Tür kommt, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann verschwendet man hier auch nicht unnötig Munition. Boah, das hat doch ganz super funktioniert eigentlich. Jetzt wird erstmal gefarmt, bevor wir die Kurbel aktivieren. Denn die Musik hat noch nicht aufgehört zu spielen, wie vielleicht einige von euch bemerkt haben. Äh, hier ist keiner mehr. Sehr gut. So, ja, dann können wir die Kurbel eigentlich betätigen. Würde ich meinen, die Türen sind alle verschlossen. Ja, die kann man nicht benutzen. Genau. So, ab geht er. Die Frage ist, wir brauchen nämlich hier jetzt gleich übelst viel Scharfschützen-Munition. Nachgeladen ist. So, das noch nachladen. Ja, man könnte auch in diesem Raum sehr gut die Granaten benutzen, wenn Ashley nicht so dumm im Weg liegen würde, wie sie es bei mir dauernd getan hat. Ja, jetzt haben wir auch sogar einiges an Pistolen-Munition verschwendet. Ja, ich übernehme die Steuerung, dann geht das nämlich schneller. Man könnte auch Ashley kurbeln lassen, wie ihr gesehen habt. Und dann quasi Ashley beschützen vor den ganzen Gegnern. Aber da ich alle Gegner getötet habe, ist das unnötig. Und so geht es einfach schneller. So, jetzt müssen wir aber Ashley gleich beschützen. Aber erst wird gefarmt. Bevor wir hier irgendwas machen, holen wir alles, was zu holen ist. Ein Erste-Hilfe-Spray, ja, optimal. Das wäre doch für dich was, Ashley, oder? Aber du kennst mich ja, ich verschwende solche wichtigen Sachen ungern an Blondinen. Und ja, obwohl Leon auch blond ist, muss ich es dann doch Leon geben. Denn der hat eindeutig mehr zu tun als du. Und hat es dadurch auch natürlich mehr verdient, Ashley. Außerdem bist du minderjährig, du darfst sowas gar nicht benutzen, denn da ist eventuell Alkohol drin. Ja, da oben ist eine Kurbel. Ach nee, erzähl. Mensch, du bist aber clever. So. Dann würde ich sagen, go, go. Machst du mal, ich beschütze dich. Ja, eventuell hätte ich sie doch heilen sollen, damit sie volle Energie hat. Aber wenn wir jeden, wenn wir, ja, wenn wir keinen Gegner durchlassen, dann sollte das kein Problem sein. Go hand lo, go hand lo, go hand lo, ja, ja. Deine Koteletten kannst du sonst wo hinstecken, du Arsch. Da ist ja schon einer. Das ging aber schnell. Go hand lo, go hand lo, go hand lo. Ja, Koteletten am Arsch, Mann. Oh. Wo kommst du denn her? Und du? Nein, das war ein Fehler. Das war ein falscher Fehler. Dachtest du, ne? Wo ist denn der andere? Da ist er. Einmal kurz nachladen. Das war's auch schon mit der ersten Kurbel. Jetzt muss sie nur noch rüberlaufen. Da ist einer. Da ist noch einer. Da kommt einer auf mich zu. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Da läuft einer. Den haben wir auch. Da liegt ein bisschen Gold. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wie geht's dir soweit, Ashley? Alles klar bei dir? Ja. Brav macht sie das. Da kommt noch einer. Der lebt halt einfach noch. Sollte kein Problem sein. Dann können wir sie ja jetzt gleich auffangen. Komm schon. Wie lange brauchst du denn da? Menschens Kinder, du. Komm. Beeil dich bitte. Bitte. Ja, ich bin noch hier. Leon. Ja, dude. So, komm. Auf geht er. Bloß weg hier. Zack. Einmal rüber. Ich hab dich nicht mal heilen müssen. Das ist super genial. So, das war's auch schon mit diesem Raum. Hat ja super funktioniert eigentlich. Bis auf die Tatsache, dass... Ashley ja ein bisschen ein Problem hatte mit den Türen. So, hier sollten wir erstmal Ruhe haben. Und können erstmal Schätze suchen. Schätze, 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 Schätze. Dö, 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 dö. Im Auge war einer. Wie kann man denn da daneben schießen? Was ist denn los mit dir? Ähm. So, jetzt passiert dann gleich was super tolles, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Ihr werdet gleich sehen, was passiert. Für Ashley ist es natürlich nicht so prickelnd, aber für mich als Einzelspieler ist das einfach nur genial. Ah, freu ich mich richtig sein. Schauen wir nochmal, ob hier in dem Raum noch... Da müsste noch ein Schatz sein. Der ist aber oben. Genau, da kommen wir jetzt noch nicht hoch. Denn dann oben ist zu, wenn ich mich richtig entzünne. Da müsste zu sein. Jopp, da ist zu. Da können wir noch nicht hoch. So, hier ist auch das Minispielchen zum Ballern. Wie man an der blauen Tür sehen kann, sind dort zwei Revolver abgebildet. Was schon erahnen lässt, was uns da erwartet. So, Händler, du bist auch da. Erst wird gespeichert. Tag, supergeil. Und jetzt triggern wir erstmal eine supergeniale Cutscene. Die gefällt mir einfach. Du bist okay? Ich bin okay, lass mich allein. Ashley, warte! Ashley! Was ist passiert? Ja, sie ist weg! Ja, sie ist weg! Ich komme für dich! Ich komme für dich! Ja, aber nicht zu schnell, hoffentlich. So, alles klar. Nochmal gespeichert. Warum nicht? Sehr schön. Jetzt können wir erstmal wieder ohne Ashley spielen, was supergenial ist. Königin, was ist passiert? Die Transmission wurde verletzt. Hehehehe! Salazar! Wie warst du? Wir haben die Linie gebrochen. Wir wollten Sie nicht sagen, dass alle eine unnötige Informationen zu erzählen. Wo ist Ashley? Oh, also hat sie in einer unserer Wundervolle Trapp. Wir werden sicher, dass wir sie finden. Keine Angst. Oh, ja. Ich lasse unsere Miserable Insekten aus für ein paar Übersetzungen in der Sewer. Danke. Das sollte mich anwenden, weil die Angst haben mich. Ich freue mich auf unser nächstes Mal. In ein anderes Leben. Ja, die Insekten, von denen er spricht, die sind gar nicht so tragisch. Da kriegen wir schon hin, da würde es in diese Richtung gehen. Da gehen wir jetzt aber noch nicht lang, denn wir wollen erst das Minispielchen spielen. Einmal noch nachgeladen. Haben wir alles? Da hinten hat mich das so angesehen als... Ne, da ist alles... alles abgefarmt. Willkommen. 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 Vielen Dank. Was habe ich immer benutzt? Schnellfeuerwaffen. Die TMP benutzen wir als Einzelschusswaffe. So, go go. I'm ready. Ganz wichtig, die Köpfe zu treffen. Oh, fuck. Da habe ich den Kopf nicht getroffen. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie kann man denn so schlecht schießen? Das gibt es doch gar nicht. Sehr schöne Sache. Das sah doch ganz gut aus. So, nächste Runde. Zack. Anfangen. Oh, Gott. Ashley darf man logischerweise nicht abballern. Das wäre ziemlich dämlich. Himmels Willen. Ashley, du gehst mir auf den Sack hier.